Eins, was geht so ab bei euch? Ich habe eben schon ein Video, habe aber verloren gegeben, wo ich den schon gepoliert habe, den hier rummarschieren und gelöscht habe ich auch gesehen, den hier rummarschieren. Egal, hier ist das Paket drin, Case King, weiß ich, wie schnell die sind, Case King. Spannendversamm, boah, schneller als zu mir, Amazon. Jo Leute, hier ist der Monitor. Oh, Gummibäschen, habe ich auch noch dabei gelegt, Case King einfach, beste Laden, wer da bestellt, man, der macht alles richtig. Ich hole meine Schere, man, den holen wir mal raus, dann kann ich ihn da in der Halterung mit anzübeln und dann kommt nach ein, zwei Wochen oder am Wochenende oder später, wenn ich den Heiler habe, oder wenn ich Lust habe, machen wir mal an. Kommt ein Unboxing, wie ich das alles aufgestellt habe. Nur mal auf nach mir. Die Seite, Leute, mein Akku ist schwach. So, heute ist ein Zub. Ich muss nichts, aber ich meine Thermomitschessiv. Ich weiß nicht, ich kann ja auch ein Bezähl machen. Oh, hier ist ein Herzteil, eine Bombeteil. Leckum nach. Hier ist der Fuß, den ich gar nicht brauche. Hier ist der Fuß, den ich nicht brauche, kann ich verpackt lassen. Hier ist der Fuß, den ich nicht brauche, hier gibt noch ein Kabel bei. Hier ist die andere Halterung. Und jetzt kommen wir zum Wärmesteckchen. Muss ja heute mal. Heute ist es unprofessionell, aber wenn man im PC, die Cam geht, die Ticke, wenn die mehr geht, hat die sowieso schon die Qualität. Ich bin nach Hause so gerastet. Oh, Postbote, wo gerade wir los waren, war fast eingestiegen. Und dann kann man nicht ... ... von Arbeit ... ... und dann ... ... und dann ... ... haben Sie ein Paket vom Camensky? Sollen Sie nicht ... ... hier auswärts? Ja. Da glaubt man, das bekommt man noch. Und hier ist der Monitor. Hier. 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 Ein Board hier. 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 Boah Junge, wer bei Kayscreen kauft den Monitor, der kriegt alles dabei, braucht nix mehr, ich hab einfach ein Mini, ich hab einfach viel HDMI und einfach DisplayPort. Egal was ich mal nen Rechner oder nen Laptop hole, mit Mini-Anschluss, hab ich immer nen Gabel dafür, brauch ich nicht mal extra und ne Scheiße kaufen, dafür weil er ein bisschen teurer. Aber, wer den da nicht bestellt ist, fehlt den Platz. Wenn ich den Monitor nochmal brauche, den werde ich nochmal bei Kayscreen bestellen. Da hab ich noch mehr so Gabel dabei, wenn ich so einen brauche, so einen hole irgendwann nochmal. Weißt du, das ist so ein Monitor, den hole ich nochmal bei Kayscreen. Kayscreen hat direkt alles dabei, Kayscreen ist das beste Junge, beste. Nicht bei mir, Mago Saturn oder Amazon beholen, direkt bei Kayscreen. Einfach geil weißt, ich liebe es. Das sollts erstmal vom Video gewesen sein, aber, das kann ich euch nur erzählen. Ja hier ne, oah sexy. Und dann kommt nächste Woche oder nach zwei Wochen oder am Wochenende, wie ich Lust hab, weil heute war ich nicht da, war das Blick auf die Sorte. Aber dann vielleicht nächste Woche oder so ne. Hier sind die Anschlüsse nochmal. Da hinten sind die Schrauben. Die Muschlecher in der Halterung solltest bügeln. Aber, das sollts erstmal gewesen sein. 12 Minuten Video. Werde ich euch nicht 10 Minuten schenken, dass ich wie so ein Aschert bin. Ähm. Ja, das sollts gewesen sein. Kleines Unboxing. Hm. War ein bisschen unhandliedlich. Dass ich hier so gemacht habe. Aber ich hab mein Handy aufgenommen und meine Campo in der PC mal gemacht. Aber, dann kann ich heute Abend schon mit der Xbox zocken, zocken. Ja, dann zock ich heute Abend auf die Xbox da drauf. Bähöre! Juhuu! Vor noch, vor kurz kurz die noch kommen. Rauffaucke, ey! Tähö! 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 Tähö!